Ich war vor kurzem auf einer dieser Plattformen, wo diese Windräder installiert werden. Das Problem ist, diese Windräder erzeugen noch keinen Strom. Es ist nämlich das Kabel noch nicht gelegt zwischen dem Windpark draußen vor der Küste und der Station an Land. Was aber schon gilt, ist die Deutsche Arbeitsstättenverordnung. Und da steht zum Beispiel drin, dass jedes Windrad mit einem Kartenspiel ausgestattet sein muss, für den Fall, dass der Monteur von einem Sturm überrascht über Nacht bleiben muss. Und dann kann er sich wenigstens mit dem Kartenspiel die Zeit vertreiben und gegen sich selber mal Maus spielen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017